Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video will ich euch mal wieder eine weitere Möglichkeit zeigen, verlorene oder gelöschte Daten, sei es Bilder, Videos, PDF-Dateien, Archive oder sonstige Dokumente, also fast alle möglichen Dateitypen, einfach wieder herzustellen, ob die vermeintlich verlorene Dateien auf einen USB-Stick, Flashspeicher, SD-Karte, irgendeine Cam vielleicht oder eben Festplatte, interne oder externe sind, das spielt keine Rolle. Die Szenarien bzw. die Gründe genauso wenig, ob ein USB-Stick oder Partition formatiert wurde oder bei der Repartition eine Festplatte etwas schief gelaufen ist, PC ist gecrasht oder ja bis hin zu die Daten wurden durch ein Virus gelöscht. Das Software-Eingebot ist hier ziemlich groß, von kostenlos bis sehr teuer. Ich bin hier über ein Programm gestolpert, mehr oder weniger zufällig, den ich euch zeigen will. Es heißt AnyCover. Es gibt eine kostenlose Version. Damit können wir allerdings nur maximal drei Dateien wieder herstellen. Es ist also wirklich nur zum Testen gedacht. Ansonsten kostet eine Lizenz glaube ich ungefähr zwischen 30 und 60 Euro, denke ich, je nachdem. Es ist vergleichsweise schon ziemlich günstig, finde ich. Also zu anderen Recovery Software. Ich habe jetzt hier eine SSD-Festplatte, die ich an eine Dockingstation anschließe hier als externe Festplatte. Also funktioniert aber wie gesagt genauso mit dem USB-Stick oder sonstigen Speichermedien. Und nun will ich euch schnell zeigen, wie einfach das geht oder gehen kann. Das Programm habe ich schon installiert. Ich starte das jetzt einfach mal als Administrator. Die Oberfläche ist hier sehr einfach und übersichtlich. Ja, da werden eben alle Laufwerke aufgelistet. Beziehungsweise gibt es... Ja, wir können einmal schnell durchgehen. Wir haben hier einmal drei Standard Standorte irgendwie. Ja, Desktop, Papierkorb und der Dokumentenordner, hier My Documents. Dann sind hier die, also unter Festplattenlaufwerke sind die internen Festplatten, die in den Rechner verbaut sind. Dann haben wir hier externe abnehmbare Geräte. Ja, da sind hier eben, werden die USB-Sticks oder SD-Karten vielleicht aufgelistet. In meinem Fall ist das jetzt hier die 500 GB SSD-Festplatte, die ich gerade eben über die Dockingstation angeschlossen habe. Dann haben wir hier noch... Ich kann meine Partition nicht finden. Wenn eine Partition irgendwie plötzlich verschwunden ist, können wir hier über das Laufwerk auswählen, wo die Partition vermisst wird und mit Start hier und ja, wird gescannt eben und die Partition hoffentlich wieder gefunden. Genau, dann gibt es hier nochmal die Option Wiederherstellung von Computerabstürze. Wenn wir zum Beispiel an einem Dokument gearbeitet haben und das Computer abgestürzt ist und nach dem Neustart das Dokument weg ist, weil es nicht gespeichert war, können wir hier rüber einfach wieder herstellen. Dann gibt es noch ja, virtuelle Laufwerke, falls wir da welche haben. Und hier können wir nochmal manuell ja, ganz explizit hier eben irgendeinen Ort hier auswählen und scannen nach verlorenen Dateien. Wir bleiben jetzt aber hier bei unserer externe Festplatte hier. Wo ist sie? Hier Laufwerk F. Ja, das ist jetzt hier. Genau, meine externe Festplatte. Wir können einmal über den Dateimanager hier nochmal nachschauen. Das war Laufwerk F hier. Zack. Und ich habe jetzt hier ein paar Dateien drauf. Ja, eine MP3-Datei, hier ein Film. Genau, das ist 300 Megabyte groß. Eine MP3-Datei, eine PDF-Datei, eine Archive, eine exe-Datei und eben noch ein paar Bilder hier, die wir jetzt löschen werden. Dann haben wir hier noch einen Ordner mit einer Textdatei hier einfach mal so zum Testen. Die werden wir jetzt ja einfach löschen hier. Und zwar unwiderruflich. Zack. Die sind jetzt weg. Wir können nochmal, ich überlege gerade, so dass die Dateien sind jetzt weg. Wir können das nochmal formatieren. Einmal einfach eine Schnellformatierung hier. Zack. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Ja, okay. Formatierung abgeschlossen. Zack. Die Festplatte ist jetzt leer hier. Genau. Ja, die Daten sind jetzt gelöscht. Die Festplatte habe ich einmal formatiert. Das ist jetzt der Papierkorb hier gewesen. Wir schauen nochmal schnell. Zack. Laufwerk F. Genau. Ist leer. Und jetzt versuchen wir die Daten hier, also einfach das Laufwerk F auswählen. Und wir starten mal hier mit Start. Hier einfach. Genau. Das kann geht jetzt los. Das dauert natürlich eine Weile, je nachdem wie groß die Festplatte ist oder unser USB-Stick. In meinem Fall hier bei 500 Gigabyte. Das wird eine ganze Weile dauern, denke ich mal. Auf jeden Fall. Wir sehen aber hier, der hat hier schon was gefunden. 193 Dateien hier auf der linken Seite. Wir können das hier aufklappen und hier ist schön sortiert nach, ja, Dateiformaten hier schön mit Unterkategorien, ja, Bilder, PNG, GIFs und so weiter, Videos. Ich denke mal, ich kann jetzt den Scanvorgang hier stoppen, weil sonst, wie gesagt, eine Weile dauern würde bei 500 Gigabyte. Aber wir gucken jetzt mal, ob unsere Dateien hier wahrscheinlich schon dabei sind. Der hat ja schon was gefunden. Einfach stoppen. Scan abgeschlossen. Okay. Und wir schauen jetzt hier beispielsweise unter meiner Bilder, ich weiß jetzt gar nicht, auf PNG oder GIF-Dateien. Die sind hier noch einiges mehr. Genau. Was hier super cool ist, finde ich, ist, dass wir eine Vorschau-Funktion hier haben, ja. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf diesem Button hier klicken, genau, dann haben wir, wenn wir jetzt uns unsicher sind, dann haben wir hier diese Vorschau-Funktion. Ich kann mit einem Doppelklick vergrößern und einfach hier wiederherstellen. Ja, wir wollen jetzt ein paar Dateien mehr wiederherstellen. Und zwar hatte ich da eine MP3-Datei hier. Ich wähle das mal Audio, das Video da, das ist ein Film. 72 Bilder, ich weiß jetzt gar nicht. Wir nehmen mal die beiden hier. Einfach die PNGs. Was war das jetzt hier? Das können wir auch machen. JPEG, okay. Nehmen wir mit. Das brauchen wir jetzt nicht. Dokumente vielleicht. PDF-Dateien, genau. Die HTML-Dokumente. Lassen wir jetzt mal weg. Dann haben wir hier ein paar Archive. Okay. Wir wählen jetzt hier. Das können wir weglassen. Das war das hier, was jetzt noch drauf war. Sonstiges. Was hat er hier? Unruhchen Log-Files. Okay. Das lassen wir jetzt weg. Okay. Wir haben jetzt ein paar Dateien ausgewählt. Okay. Jetzt einfach auf Wiederherstellen. Genau. Hier. Das habe ich gesucht. 13 Dateien ausgewählt. Ich klicke jetzt. Hier hat man übrigens auch die Möglichkeit, nach einer bestimmten Datei zu suchen, vielleicht, die man vermisst. Ja. Oder am Pfad eingeben. Wir bleiben jetzt hier bei unseren Dateien. Jetzt wählen wir einfach einen Ort, wo die neue Dateien wiederhergestellt werden. Wir lassen jetzt mal auf dem Desktop hier. Dann können wir schneller finden. Und Start. Und schon sehen wir hier, da wurde ein Ordner erstellt in Recover mit Datum und Uhrzeit. Und das ist jetzt durch. Okay. Der Ordner wird direkt geöffnet. Und ich schließe das jetzt mal an und starte nochmal so. Genau. All files. Und die Archive sehen wir. Genau. Das können wir jetzt leider nicht so überprüfen. Was jetzt auffällt hier auf den ersten Blick ist, dass der Originalname weg ist quasi. Die heißt jetzt irgendwie die Audiodatei MPS3. Genau. Die haben jetzt hier eine Nummer fortlaufende irgendwie. Aber wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Ich versuche mal mit dem VLC hier. Okay. Das sieht gut aus. Ich kann das jetzt nicht so lange laufen lassen. Dann unsere Dokumente. Genau. Die PDF-Dateien. Das ist jetzt hier auf dem anderen Bildschirm aufgepoppt hier. Ja. Das funktioniert auch. Und das hier genau. Funktioniert auch. Also wunderbar. Alles wieder hergestellt hier. Ja. Ja. Das funktioniert also ziemlich gut. Doch. Das Einzige ist wie gesagt, dass der Originalname da irgendwie verloren geht. Aber ich denke mal, dass das das kleinste Problem ist. Wer weiß jetzt nicht, wie er BMP ist. Okay. Aber das Bild ist da. Ich habe jetzt. Ich nehme ein JPEG hier. Zack. Die schönen Blumen. Ja. Bilder alle da. Man musste sie jetzt umbenennen. PNG-Dateien sind auch da. Okay. Wir sehen also, das funktioniert ganz gut und ziemlich schnell und einfach. Ja. Ich habe jetzt hier noch ein paar Dateien. Das Film funktioniert auch, wie es aussieht. Ich traue mir das jetzt nicht. Mal die Dateien, so wie sie sind nochmal. Auf meine Festplatte hier F. Schauen wir mal. Große hier auf F. Ja, die jetzt gerade leer ist quasi. Und kopiere die Dateien hier nochmal rein und wollen nochmal testen, ob das jetzt. Okay. Das scheint jetzt durch zu sein. Ist alles da. Okay. Ich schließe das mal und versuche mal, die Partition zu löschen einfach. Oh. Unsere Datenträgerverwaltung hier. Zack. Ich mache das mal ein bisschen größer und gucke mal, wo meine Partition hier, beziehungsweise meine Festplatte F. Das war F. Ich hoffe, das ist die richtige. Genau. Lieber zweimal gucken. Da. Das ist jetzt meine Festplatte. Ich formatiere das. Wie mache ich das? Ich lösche das jetzt mal die Partition. Ich formatiere das. Okay. Einfach formatieren, damit das jetzt nochmal. Formatierung, Fehlerfrei, Basis, Partition. Okay. Wir schauen jetzt hier nochmal drauf. Ist alles weg. Okay. Wunderbar. Und jetzt lösche ich die Partition. Zack. Das ist jetzt. Die ist jetzt weg. Die ist jetzt weg. Okay. Das ist jetzt sozusagen row. Wir gucken mal hier. Wird auch nicht mehr angezeigt. Ja. Also die Partition ist jetzt hier komplett weg. Beziehungsweise die Festplatte. Und ich starte jetzt mal das Programm. Und schaue nochmal, ob das auch funktioniert. Wenn die jetzt hier externe Geräte. Ich kann nicht finden. In TESO. Das ist das hier. Genau. Jetzt haben wir den Fall hier, dass das gar nicht angezeigt wird. Jetzt versuchen wir hier oberhalb. Ich kann meine Partition nicht finden. Hier ist die Festplatte, die externe. Und ja. Klicken wir mal auf Start. Partition 1 ist das. Und also auf der Festplatte hier. Wir scannen mal los. Und schauen mal, ob ihr das jetzt immer was findet. Gefunden hat er schon mal was hier. 14 Fotos. Das Video hat er auch gefunden. Wir gehen mal hier auf Vorschau. Jetzt ist ein Video schlecht. Achso. Okay. Wir stoppen jetzt mal. 186. Okay. Wir stoppen an der Stelle den Scan hier. Okay. Und schauen jetzt nochmal hier. Vorschau. Jetzt ist es doppelt. Okay. JPEG. Gut. Jetzt sind alle Dateien ziemlich doppelt. Weil er natürlich. Okay. Wir gucken nochmal das Film. Ist da. Die Dokumente. Zwei PDF Dateien. Alles klar. Die Archive. Ist da. Doppelt. Okay. Das ist jetzt. Wie machen wir das jetzt? Okay. Wir machen jetzt einfach mal die BMP Dateien hier. Die JPEG. PNG. Die GIF Dateien. Was war das jetzt hier? Okay. Die brauchen wir jetzt nicht. Damit das jetzt nicht so lange dauert. Das Film ist vielleicht interessant. Genau. Die Audio Datei scheint auch da zu sein. Also die hat er auf jeden Fall gefunden. Die PDF Dateien. Und. Unsere Archive hier. Okay. Und wir versuchen das jetzt nochmal wieder herzustellen. Wieder auf dem Desktop hier. Und. Das neue Ordner ist auch schon wieder da. Und warten gespannt ab. Hier. Ob das jetzt funktioniert. Also wir haben jetzt formatiert und Partition gelöscht. Beziehungsweise Archive. Okay. Das ist da. Das ist jetzt natürlich. Doppelt. Das wollte ich jetzt nicht. All Files. Die Audio Datei. Kann man das starten. Ich mach das jetzt einfach mal mit. Öffnen. Dann machen wir das jetzt mal so. Öffnen. Okay. Okay. Funktioniert auch. Ich schließe das mal schnell. Dann gehen wir nochmal hier. Und schauen unsere Dokumente. Die PDF Dateien. Okay. Das scheint zu funktionieren. Funktioniert auf jeden Fall. Ja. Also wir sehen. Dass es wirklich. Ratzpratz geht. Schnell und einfach. Man kann die Dateien ganz schnell. Wieder herstellen. Mit ein paar weniger Klicks. Also ich finde die Software wirklich. Eigentlich super cool. Für ein paar Euro. Ich denke die sind auf jeden Fall wert. Ja. Also das funktioniert wunderbar. Ich schließe das jetzt mal. Und. Ich möchte nochmal hier. In meine Dateienträgerverwaltung. Meine. Okay. Die ist jetzt weg. Aber. Okay. Das kann ich dann später machen. Das ist das hier. Wir. Ich formatiere das jetzt einfach mal wieder. Meine Festplatte hier. Zack. Zack. Okay. Und. Schon ist die wieder da. Genau. Okay. Das war jetzt im Prinzip auch schon alles. Was ich euch zeigen wollte. Ich finde diese Software wirklich. Gut. Wir haben ja gesehen. Dass es wirklich gut funktioniert. Und wollte euch das nochmal so weitergeben. Ich hoffe. Dass ich euch damit. Ja. Weiterhelfen konnte. Jetzt hat sich das hier doch ein bisschen hingezogen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren. Nicht vergessen. Über ein Like. Freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Ja. Ja. Vielen Dank.